Heute gibt es die ungeschminkte müde Wahrheit aus Timzel. Ich bin gestern noch bis nach Geltow gekommen. Das ist in der Nähe von Potsdam. Also bis Potsdam sind es jetzt etwa noch zehn Kilometer. Ich habe die Nacht am Schwielosee auf dem Kermingplatz Himmelreich gezeltet und übernachtet. Ja, das heißt, der Tag heute wird sehr entspannt. Ich werde erst mal nach Potsdam rüberfahren und dann spontan entscheiden, ob ich heute Abend noch nach Berlin weiterfahre oder mich eine Nacht in Potsdam noch aufhalten werde. Ich bin angekommen in Berlin. Berlin Fahrradfahren ist tierisch chaotisch. Es war ziemlich anstrengend, die Fahrt von Potsdam nach Berlin, obwohl es gar nicht so viele Kilometer waren wie die zwei Tage vorher. Stressig und definitiv gewöhnungsbedürftig. Insgesamt habe ich mittlerweile 240 Kilometer zurückgelegt und werde mich jetzt trotzdem wieder raus in den Dschungelwagen, in den Großstadtdschungel, ein bisschen Zeitsehen machen, ein bisschen das gute Wetter genießen. Ansonsten geht es mir gut. Ich habe gute Laune, ich habe frei, keine Termine und schauen wir mal, was Berlin mir heute so zu bieten hat. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020